Sonntag, 18. August, 13 Uhr, Kaiserslautingen gegen Braunschweig, 0 zu 3. Lena Grill, O.C. Junior, Vila, Dominic Schatz, Philipp Hecher, Carlo Schickeniger, Janik Bachmann, Manfred Starke, Timme Thiele, Florian Pick, Christopha Himmlein, Christian Kuleveter, jetzt kommt Braunschweig, Markel Enkelhardt, Benjamin Kessel, Niko Kovaski, Robin Zickele, Stefan Nikanschsa, Brandnerig, Martin Kotlanski, Markel Berch, Marc Pfitzinser, Nik Prorschwitz, Mieke Reikenssbahn, Kaiserslautingen gegen Braunschweig, Braunschweig hat gewonnen, 0 zu 3. Kaiserslautingen gegen Braunschweig, Braunschweig hat gewonnen, 0 zu 3. Kaiserslautingen gegen Braunschweig hat 3 Tore geschossen und hat auch gewonnen. Bis zum nächsten Mal.